Meine Kunden warten auf mich. Ich zeige euch mal welche. Die brauchen den Haarschnitt. Die haben jetzt einen Termin bei mir. Und ich gebe mein Bestes. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, hallo. Also jetzt haben wir das Beratungsgespräch. Wie hätten Sie denn gerne Ihre Frisur? Ja, seitlich kürzer. Okay, verstehe ich. Und oben etwas länger. Und Sie hätten gerne Muster reinrasiert. Selbstverständlich kriegen wir hin. Ja, also. Dann legen wir mal Lust hier. Untere Fell reinkommen. Weil sonst, wenn man jetzt in die Richtung geht, dann funktioniert gar nichts. Da funktioniert gar nichts.